Hallo und herzlich willkommen bei Insider Week. Jeden Sonntag zeigen wir unser Trading Ergebnis für die vergangene Handelswoche und diese Woche beträgt unser Handelsergebnis minus 4.280 Dollar. Leider die Woche haben wir kein Geld verdient, sogar etwas Geld verloren, aber das ist Trading, hier gehören die Verluste dazu. Schauen wir uns wie dieser Verlust entstanden ist. Wie immer fangen wir mit dem Portfolio an, mit welchem wir in die Handelswoche 14 gestartet sind. Wir hatten bei uns im Portfolio keine einzige Position offen. Aufgrund der hohen Volatilität an den Märkten halten wir uns zur Zeit zurück und machen nur sehr wenig Trades mit kleinem Risiko, wie man gleich sehen wird. So, den Trade, was wir diese Woche gemacht haben, war ein Trade in soybean Mill. Wir hatten hier eine Kaufsituation gehabt. Inzwischen hat sich aber nach COT-Daten die Situation, die Verkaufssituation gedreht. Wir haben aber auf die Trendfortsetzung gesetzt und haben hier erneut eine Longposition eröffnet. Leider waren wir hier ausgestoppt mit einem Verlust in Höhe von 4.280 Dollar. Das ist auch unser Wochenverlust, weil das war der einzige Trade, was wir die Woche umgesetzt haben. Insgesamt haben wir zwar mit der Idee Geld verdient, aber jetzt sehen wir auch, dass der Trend sich nicht fortgesetzt hat. Wir sehen, dass die Kurse nach unten fallen Richtung COT-Daten, weil COT-Daten nochmal, gehen wir Schritt zurück, haben bereits vor drei Wochen angezeigt, dass wir hier eine Verkaufssituation haben. Wir sind aber davon ausgegangen, dass der Trend hier sich fortsetzt, weil der Seasonal Trend war hier auch auf unserer Seite. Jetzt sehen wir, dass der Kurs dem Seasonal Trend nicht folgt und müssen diesen Verkaufssignal respektieren, was wir auch tun werden, weil wenn wir auf den Tagesschat schauen, sehen wir, dass hier unser Einstiegsparton entstanden ist für ein Short-Trade. Die Einzelheiten besprechen wir heute Abend in den Handelsplänen in unserer Trading-Gruppe. Das war der einzige Trade diese Woche. Am Ende besprechen wir immer CEB-Index. Zurzeit ist die Situation bei CEB-Index unbestimmt, weil wir haben eine Innenbar. Innenbar ist nicht aussagekräftig. Deswegen gibt es hier nicht viel dazu zu sagen. Die Woche schließen wir erneut mit einem Lernportfolio. Unser Risikokapital ist frei. Wir sind bereit für neue Trades. Wir werden jetzt die ZUIT-Daten auswerten und werden heute Abend in unseren Handelsplänen aufzeigen, welche Trades wir nächste Woche planen. Ich wünsche euch eine gute Vorbereitung auf die nächste Handelswoche. Denkt an die Risiken. Das Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading. Mit Mitgliedern unserer Trading-Gruppe Praxis sehen wir uns später bei den Handelsplänen und mit allen anderen sehen wir uns nächsten Sonntag wie immer bei den Handelsergebnissen.